Mein Name ist Aileen. Ich bin 17 Jahre alt und bin hier am BBW in der Ausbildung zum Fachpraktiker für Kommunikation. Es gibt eigentlich vieles, was mir besonders Spaß macht, aber da picke ich jetzt mal ein paar Sachen raus. Drucken macht mir besonders viel Spaß, Laminieren, Schreibtrainer und Binden. Mein Name ist Tobias Zimmermann. Ich bin 21. Ich bin zweiter Lehrjahr und derzeit mache ich Fachpraktikerbüro im Lernort Nikolai Eck. Es macht mir irgendwie Spaß, neue Leute kennenzulernen. Und da kann ich ein bisschen daran arbeiten, unterschiedliche Leute anzuhören. Mein Name ist Mariam. Ich mache eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement im dritten Lehrjahr im BBW Leipzig. Wir sind hier in Philippus Leipzig. Mir gefällt am besten die Reservierungs- und Rechnungsbearbeitung, die Gästebetreuung und vor allem die Teamarbeit. Wir sind hier in Philippus Leipzig. Wir sind hier in Philippus Leipzig. Untertitelung des ZDF, 2020